Lohra? Elisa ist tot. Irgendjemand hat sie umgebracht. Die Polizei wird annehmen, dass ich es war. Was? Ich hab ihre Leiche gefunden. Hör zu. Zwei Menschen sind ermordet worden. Irgendjemand will mich reinreiten. Warum? Das weiß ich nicht, aber ich werd's rausfinden. Bitte geh zur Polizei. Jo! Das kann ich nicht. Ich muss es selbst rausfinden. Ich bin kein Mörder. Wo ist er? Das ist nicht er. Hier, so rum. Und? Nichts. Wir geben den sofort vorne raus. Okay. Wegen Mordverdacht gesucht wird Doktor Johannes Jesse. Alter 53. Helle Haut. Größe ca. 1,75. Die neue Fotoche. Hier muss ich rausheben. Fahrt der Schuh. Überwachung. Die Frage ist... Musik Musik